Guck mal, hier oben ist ne Mauer, das sieht nach Militärteisch aus. Da gehen wir einfach mal hin. Siehst du die Mauer hier oben? Klipküter! Wir wirken wir, rushen wir einfach mal da hoch. Klipküter! Siehst du, jedes Mal, wenn ich sag mir, wir rushen, dann funktioniert das schon auch. Komm, wir machen aber zu der anderen Seite hier rein. Was lachst du denn? Das Sachsen-Geprassel-Schäden. Ich find's doch geil, oder nicht? Na warte mal, renn doch mal nicht so schnell. Du hast doch gesagt, ich soll reinraschen. Wie geil ist das denn? Juuu, Stannack-Munition. Oh nun. Ein Hühnchen in der Barrake. Oh, Hühnchen. Können wir mitnehmen. Bin das. Ich komme gleich ein paar Kollegen besuchen. Ich wollte das mal gesagt haben. Ey, was läuft denn in meiner Barrake? Ist doch ganz auch halb behalten. Ja, will ich auch. Oh, hier ne Dings. Oh, hier ne Dings. Wie heißt denn die Scheiße? Schanzzeug. Was? Schanzzeug? Ist doch normalerweise diese Schaufel da, ne? Ja, Schanzzeug. Braucht jeder. Ja, hab ich mal mitgenommen. Hab ich auch gefunden. Juuu, Zombies. Ich geh hier rein und geh auf der anderen Seite raus. Ich geh hier rein und geh auf der anderen Seite raus. Hier ist ein AK und hier ist Hiet... äh, Hietbecker. Schrotflinte. Hier steht ein Huhn im Haus. Das hab ich vorhin zugefunden. Du bist erst da vorne. Achso. Nooo. Ne Flinte ist rot. Ach, du bist ja hier mal wieder ganz weit weg. Oder was? Jetzt merkt, jetzt merkt das erstmal, wisst ihr? Die Rotflinte. Ah, warte mal, da war doch was. Hahaha. Ah, hier bist du. Ich geh weiter. So, hast'n Dreck. Hier liegt ne Dings. Das Dings? Ne M9. Oh, wie toll. Ich geh mal auf die ganz andere Seite. Hast du geschossen? Jaaa. Gut. Auf der anderen Seite war ich schon. Bin die ganze... Ich mein, auf der ganz anderen Seite. Da warst du garantiert noch nicht. Achso. Da gibt's noch ne andere Seite. Ist ja interessant. Jaaa. Da gibt's noch andere Seiten. Ist ja interessant. Ich kann hier auch noch andere Seiten aufziehen, Junge. Ist ja interessant. Ach guck mal, da sind noch mehr Baraken. Och, guck mal. Oh, geil. Geh du mal auf deine andere Seite. Ich hab hier noch drei andere Seiten. Baraken. Alles mal. Ich warte ja schon wieder für'n Zombies am Abend. Vierer Hapsch. Vierer Hapsch. Achso. Bei Stand-Hack-Munition muss ich ja eigentlich schreien, ne? Stand-Hack. Überall Stand-Hack. Ja, ich glaub ich hab noch, äh... Sechs Stück oder so. Morphium. Überall Morphium. Ah, komm Scheiß-Zombie. Verpiss dich. Baa 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 Baby well. Baa 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 Baby well. Stan-Hack, Stan-Hack. Ja, ich hab genug Stan-Hack Munition. Ist das hier geiles rumliegt? Was denn? Warte, ich sag das gleich. Äh, ne doch nicht. M240er Munition war das. M240? Achso, ja. Äh, H. Ach guck mal was hier jetzt hab ich hier nen Koffer gefunden und das wäre jetzt M249 Aber ich brauch nicht mehr, nee, hat's vergessen Ich weiß gar nicht mehr wo du bist, ich hab hier Morphium und Epinephrine Du Drogensüchtiges Schwein Ja, da kannst du mal sehen, ach hier guck, da wo ich gerade rausgerannt bin, da sind Morphium Zeug Ich weiß, das hab ich ja gesagt, Morphium, Morphium Warst du hier schon vor dem Tor, also vor der Mauer, in dem Ding drin? Ja Was sagt er mir jetzt, wenn ich draußen bin? Hahaha Da reagiert aber halt auch Ja, wie ne, wie ne böse Bohn Aga, aga, gaga, gaga Ja, du kannst doch wieder rauskommen, da warst schon Fuck, Alter, Scheiße Komm, mach Eier, Junge Dann helf mir Alter Alter, ich kann doch nicht auf dich schießen Nee, passt schon, alle tot Wo bist du denn? Alle tot Was, du bist tot? Alle tot Ich kann jetzt auf dich schießen, jetzt hab ich freie Schussbahn Guck, ich lauf hier hausen rum, mich verfolgen keine Zombies und nix Die Zombies, die sei richtig biess Komm, hier oben ist noch ne Baracke Was ist so ne Kacke, ne Baracke A Dacke A Dacke zur Baracke A Dacke 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 Ja, alles gut Moment Warte Al's klar wir müssen hier da lang Da, 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 da in den Wald Da, 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 hier, da Hier ist irgendwie überall Wald Also was der Alko helft, aber das Menschen macht, das ist nun mal normal. Es gehört, Alfa schnarcht. Ja, Alfa, du kannst doch ja dabei einen Film angucken. Ich hab das geschnarcht, ich hab AAH gemacht. Warum? Das ist so ähnlich wie AAH Zombies. Achso. Sehste? Was, AAH Zombies? Ah, und was willst du uns damit sagen? Nix. Achso. Vorne uns Signalton, meinerseits. Bist du schon weiter runter gerannt, Onkel? Ich bin genau neben dir, Junge. Gerade gewesen zumindest. Ja, gerade gewesen zumindest, ja. Weil du jetzt stillstehen kannst, Junge. Ich war gerade neben rechts neben dir. Und jetzt bist du weg. Achja, ich sehe dich. Buh. Hier, ich sehe dich. Wo denn hier? Buh. Ah, hier. Geiß mal. Komm, wir rennen erst mal in den Weg. Was ist denn jetzt, Alfa, ey? Sobald in Marokko oder wie das Ding heißt. Alles mal, wenn du jetzt stirbst, dann lass mal dich links liegen. Leg dich doch mal neben das Bett. Ehe, ehrlich mal. Das hab ich auch gemacht. Ah, guck mal. Das sieht doch auch aus wie ne Rennbahn, oder? Ist das ne Rennbahn, oder? Ist das ne Rennbahn, oder ist das eher... Die Straße, du Pfeife. Ne, aber ne Rennbahn sieht auch aus wie ne Straße, merkst du was? Denkst du die, die Formel 1 Autos, die fahren auf dem Feldwäsche, oder was? Ne, auf ne Rennbahn. Auf ner Straße. In Marokko fahren die auch auf ner Straße. Ah, merkst du was? Hä? Aber ich glaub, wir sind... Wir sind... DINAMACKE, oder was? Was ist denn jetzt schon wieder? Alfa. Überall ist der Zaun. Guck mal, wir sind hier um die Beine. Onkel, onkel, film mich mal. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Du bist der Militäraufbasis. Ja, hier, guck. Wo ist denn? Wo denn? Marokko. Ne, ich weiß, wo ist Bandi, Mann. Boah, ich steh hinter dir. Ich bin grad zehnmal um die Palme rumgerannt. Super. Boah, komm. Und hab immer in dieselbe Richtung gekockt. Was, 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 was? Guck mal, hier unten sind Baracken, ha, 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 ha. Wir legen uns mal kurz hin. Ich guck mal auf der Karte, wo wir sind. Aua, ist ein Baum gerannt. Wir sind bei Marokko, und zwar direkt östlich, äh, westlich vom Airfield. Hast du gehört, Alfa? Mhm. Mhm, gut. Äh, Baracken? Oh, Baracken. Dann können wir doch plötzlich wieder kacken. Ja, ne. Willst du da hin, oder willst du Alfa finden? Weil ich hab genug Munition, also ich brauch eigentlich nur Rücks. Haha. Na, dann will ich Alfa finden. Ich bin jetzt schon zu den Barackenrand. Ich bin beim Körnel her. Was für ein Körnel? Irgend so ein Körnel, ne, für eine Insel hier. Chef. Seitdem bin ich gerade am. Da wohnt ihr, glaub ich. Ja, aber wir müssten eigentlich jetzt, äh, wenn wir geradeaus, wenn wir weiter östlich rennen, müssen wir schwimmen. Ach du Scheiße. Jetzt lass uns doch endlich mal zu Alfa, ey. Moment, ich leg mich noch mal kurz hin und guck auf die Karte, wo wir landen. Ah, schön ist das hier. Wir müssen weiter südlich und dann müssen wir ganz kurz schwimmen. Also das ist wirklich bloß, sag mal, Oh, kleinen Ausblick hat man von hier, herrlich.